So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings zu einem schönen Orakel, ja, heute am schönen Dienstag. Ja, ich wünsche euch erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und ich muss mich natürlich auch erstmal bedanken. Mein Video zum Thema Grübellen auf meinem anderen Kanal Startscheid, das ist ja richtig gut angekommen, dafür, dass der Kanal noch so klein und frisch und jung ist, da scheine ich vielleicht den Nerv des einen oder der einen oder anderen getroffen zu haben, also wer es noch nicht gesehen hat, oder wenn du dich auch immer wieder dabei erwischst, wie du kreisende Gedanken um irgendwelche Dinge hast, wird dir dieses Video wahrscheinlich sehr, sehr hilfreich sein, also einfach unten in der Videobeschreibung der Link zum Kanal oder du tippst einfach oben Startscheid ein, dann siehst du schon mein Antlitz irgendwo erscheinen. Ja, aber was machen wir heute hier? Wir wollen mal ein Orakel machen mit der Frage, ist es denn wirklich vorbei? Ja, ist es denn wirklich vorbei? Das heißt, es ist gerade Rückzug, Trennung, Knatsch, Streit, Missverständnisse, Emotionen, ja, jeder fährt hier aus der Haut und man hat sich getrennt und beide wissen vielleicht irgendwo, hm, habe ich jetzt da vielleicht einen Fehler gemacht? Ja, und das wollen wir uns natürlich heute mal in diesem Orakel anschauen. Na, vorher nochmal danke für die vereinzelten Geburtstagsglückwünsche schon, aber ich habe ja erst kommenden Sonntag Geburtstag, also der Sonntag, der jetzt kommt am 4. Dezember, habe ich Geburtstag. Daher steht ja mein Wunsch noch, wir schaffen vielleicht die 11.500 Abonnenten. Wir sind gut unterwegs und du abonnierst jetzt nicht umsonst, wenn du noch kein Abonnent bist, denn jetzt im Dezember geht jeden Tag das große Angel Readings Weihnachtswichteln los. Ich verlose jeden Tag im Video etwas, ein Säckchen mit schönen Sachen drin, da werdet ihr euch freuen. Und wenn du kommentierst und gezogen wirst und Abonnent bist, dann hast du schon gewonnen. Also, die Chancen sind schon groß, ne, also von daher brichst du dir jetzt kein Zacken aus der Krone, wenn du den Abo-Knopf drückst und dabei bist. Im Dezember geht es dann auch schon los. So, jetzt bevor es losgeht, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an deinem Geburtstagsmodus. Herzlich willkommen in der Kanalmitgliedschaft. Liebe Freifrau Barbara von Triesen, Barbara, herzlich willkommen. Und auch die liebe CC, CC, herzlich willkommen in der Kanalmitgliedschaft. Beide Premium-Mitglieder, also vielen herzlichen Dank dafür. Ihr seid natürlich auch im Lostopf, wenn es sonntags dann im Mitgliederbereich immer zur Sache geht. Da werden ja auch immer jede Menge Sachen verlost, weil ich gebe ja gerne immer auch was zurück. Na, so, jetzt wollen wir dann mal reinschauen. Übrigens, wehe, es beschwert sich mal wieder jemand, dass ich vor dem Video zu lange labere. Wir sind jetzt bei drei Minuten. Ich habe neulich Kanäle, deren Namen ich ja nie nenne, gesehen. Da wird ja erst mal fast eine Viertelstunde lang geredet. Eine Viertelstunde. Blablabla, blubblubblub. Kauf dies, kauf das, kauf da, kauf da. Und wenn du ganz viel gekauft hast, dann kriegst du noch eine Handcreme dazu. Kauf, kauf, kauf. Also, da bin ich mit meinen drei Minuten schon gut dabei. Na, also, wir wollen aber jetzt mal in die Karten reinschauen. Natürlich kann ich mich jetzt mal hier verkrümeln. Denn wir wollen ja auch den Kartentisch sehen, was gleich der Fall ist. Achtung. Kamera macht Geräusche. Das ist schon mal gut. So, okay. Wunderbar, das schaut ja schon mal schön aus. Meine spartanische Männerdeko. Okay, also, wir wollen mal schauen. Wir gucken hier erst mal rein zu der Frage, ja, was, ja, ist es denn jetzt wirklich vorbei? Endgültig Schluss, finito aus, drops gelutscht in dem Orakel. Für das Kollektiv natürlich die Frage, ja, wenn du da in Resonanz gehst, sehr gut. Kann gut sein. Es ist die Kollektivenergie, die Energie, die vielen zur Verfügung steht. Aber wenn nicht, dann melde dich gerne bei mir. Wenn es dir nicht gut geht, wenn es dir schlecht geht, wenn du Hilfe brauchst, Impulse brauchst, Klarheit brauchst, bitte melde dich bei mir. Ich hatte letztens erst wieder eine Nachricht drauf, dass sich jemand nicht getraut hat, mich anzuschreiben. Ich freue mich, wenn du dich meldest. Also, meine Nummer steht ja immer unten in der Infobox. Einfach eine WhatsApp an mich schicken. Ich freue mich, ich bin, ich beiße nicht. Ich bin kein, kein Wadenbeißer. Ich bin genauso am Telefon, wie ich jetzt hier auch bin. Na, von daher freue ich mich, wenn du dich meldest, dass ich dir helfen kann. Aber, ja, jetzt mal zu der Frage, ja, ist es denn nun wirklich vorbei? Schauen wir auf jeden Fall mal in die Karte hinein. Und da flutscht mir auch schon die erste Karte aus der Hand. Ja, das sind die berühmten acht Kelche. So, die acht Kelche, man sieht es ja, da ist einer, der ist so ein bisschen, ja, der dreht dem, was er hatte, so den Rücken zu, ne, acht Kelche sind nicht genug. Es dürfen dann gerne zehn sein. Das ist so eine Karte für, ja, vielleicht gibt es da irgendwo noch was Besseres. Ne, ich verlasse das jetzt mal, weil acht Kelche sind schon gut, ne. Aber da hat irgendwie einer so das Gefühl, ja, vielleicht gibt es da ja noch irgendwo was Besseres. Hm, kommt auch öfter mal vor, ne, dass der Partner oder die Partnerin dann irgendwie der Meinung ist, da gibt es noch Besseres. Ich fliege mal von Blüte zu Blüte, sonst fehlen bloß noch die Lilien, an und weiß gar nicht, was sie oder er eigentlich an der Partnerschaft hatte. Na, also, ja, er dreht jetzt dieser Liebe da so den Rücken zu, wandert von dannen, na, und er schaut mal, gibt es denn da sonst noch irgendwas Neues? Hm, auch nicht so ganz korrekt, aber wir schauen mal rein, was wir da noch sehen. Ja, er verspricht sich davon auf jeden Fall. Eine Art von Erfolg, ne, also der Schlüssel, Erfolgskarte, Erfolgskarte, oh, äh, ich muss jetzt noch mal hinaus in die Welt, ich muss mich jetzt da noch mal umschauen, was geht denn da sonst noch so, ne. Ähm, diese acht Kelche sind zwar sehr schön, aber ich lasse das jetzt mal hinter mir. Aktuell also so, oder so ähnlich, äh, ist in seiner Energie, ja. Guter Klee, ja, das ist ja auch gerne mal die Karte für eine Chance. Äh, vielleicht sieht oder denkt er ja, er hätte irgendwo eine andere, äh, Chance, wo er sich noch mal hier verwirklichen kann, austoben kann, na, ähm, von daher die Energie, die wir jetzt da gerade für ihn haben, ja, ähm, scheint, als hätte er dir gerade so ein bisschen den Rücken zugedreht. Aber wir wollen noch mal schauen, wie es weitergeht. Es gibt ja noch viele andere Karten, dass man da sehen kann, ähm, ähm, zu der Frage, ist es endgültig jetzt vorbei? Also aktuell würde ich hier zum Beispiel schon sagen, ja, ähm, da ist einer, der gerade der Meinung ist, da könnte man vielleicht noch irgendwo was Besseres bekommen, na. Also ich habe es oft in meinen persönlichen Legungen, na, dass der Mann irgendwie plötzlich der Meinung ist oder sicherheit auch Frauen, ähm, ja, da gibt es bestimmt noch Besseres, na, da gehe ich jetzt mal hinein in die Welt und schaue mal, was da so ein bisschen los ist. Aber wir schauen jetzt mal bei dir rein, in deine Energien. Was kann man da so sehen? Äh, was umgibt dich, dass man da vielleicht schon mal so einen gewissen Zusammenhang, ähm, erwischt? Genau, du bist die Gehengte, ach nee, so rum, du bist die Gehengte. So, das ist eine, äh, eigentlich eine lustige Karte, aber gut, so lustig ist sie jetzt hier auch wieder nicht. Das ist so ein bisschen auch die Karte für, ja, wenn man orientierungslos ist, wenn man verwirrt ist, wenn nichts vorangeht, na, wenn man sich Dinge von sämtlichen Perspektiven aus anschaut und, äh, kommt einfach nicht weiter in seinem, ja, Grübel- und Denkprozess, na, also der Gehengte, ähm, ich sage mal so, du bist einfach verwirrt. Momentan, du bist verwirrt in dem Orakel, äh, wo ich jetzt frage, ist es denn jetzt wirklich vorbei, ähm, ähm, bist du selbst nicht so ganz sicher, na, ist er, ist er jetzt nun mal weg, hat er hier wieder sein Haschmich, ähm, oder er kommt und kommt wieder zurück, oder ist er jetzt ganz weg, na, na, der Gehengte passt vielleicht an der Stelle ganz gut, ähm, wenn man da schon, ähm, weil man da schon sieht, du bist jetzt hier so ein bisschen durcheinander, ein bisschen durch den Wind, ein bisschen verwirrt, na, an der Stelle, ähm, wo man schon ein bisschen mehr Klarheit haben könnte, ne, also du schaust und guckst dir die ganze Sache aus sämtlichen Perspektiven an, Okay, und du bist darin auch sehr geduldig. So, ich weiß nicht, ähm, wie intensiv dein Gedankenkreisen rund um dieses Thema ist, na, der Tee, das ist ja so eine Karte, ähm, ja, abwarten, Tee trinken, entweder kreiselst du schon lange, äh, um eine Lösung herum, was euch beide angeht, oder ich nehme dich da vielleicht auch als etwas geduldig wahr, ne, also du bist ja, bist da vielleicht, äh, leidensfähig in dem Orakel hier, wo man sagt, ja, ähm, du kannst dir da schon vorstellen, vielleicht auch auf ihn zu warten, halt eine Zeit lang, ne, ich sag immer, nicht zu lange auf irgendeinen Menschen warten, ne, wenn da eine Chance ist, wenn sich das entwickeln kann, wenn sich da was tut, kann man schon mal warten, aber nicht so lange, ne, also daher, hm, vielleicht wartest du auch schon zu lange, ne, aber wir wollen mal weiterschauen, ja, und da geht es dir natürlich um die Stabilität, den Halt, die Sicherheit, die Basis, das Fundament in dieser Beziehung, dass ihr da wo irgendwie mal hattet oder aufgebaut habt, das ist dir schon viel wert, ne, ähm, da sind wir wieder bei einem sogenannten Sank-Kost-Effekt in der Psychologie, wenn man schon ganz viel investiert hat, wenn man schon ganz viel reingegeben hat in eine Beziehung, in eine Partnerschaft, Moment, also was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich vergesse, das Telefon leise zu machen, weil das nervt, na, na, schon ganz viel reingegeben hast in diese Partnerschaft, in diese, in diese Liebe, ja, dann ist es natürlich umso schwerer, das loszulassen, das nennt sich in der Psychologie den Sank-Kost-Effekt, den findest du überall auf der Welt, ähm, dass du sagst, hier ist doch schon etwas entstanden, ne, da ist doch schon eine Festigkeit da, eine Basis da, ein Fundament da für die Liebe gewesen, ich verstehe die Welt nicht mehr, und er sagt, ich schaue jetzt mal, was es da sonst noch so gibt, ne, also das ist natürlich, hm, schon das Thema, was wir da bei euch beiden haben, aber, wir wollen jetzt nochmal weiterschauen, wir gucken jetzt mal die Energien an, die für euch beide da sind, ne, wir gucken mal, oder rutscht mir schon gleich, äh, ein, ein Kinderpärchen aus der Hand, das sind die Sechs-Kelche, so, man sieht es ja schon bei den Sechs-Kelchen, das ist so ein bisschen die Erinnerung, ne, Erinnerung an Frühjahr, wie es denn da mal war bei den Sechs-Kelchen, ja, Zuneigung, Vertrauen, ähm, die echte Liebe, oder eben, wie gesagt, auch jemand oder etwas aus der Vergangenheit, wo man dranhängt, ne, das siehst du, die Kinder haben hier die Kelche voller Blumen, ne, und sind beieinander, hab so den Eindruck, ähm, dass er sich da vielleicht schon doch ein bisschen in der Reue sieht, ne, also in dem Orakel hier, wenn jetzt hier die Sechs der Kelche fallen, ähm, kann man schon sehen, da ist schon die Erinnerung da an das, was mal war, so, und jetzt haben wir ihn nämlich, ne, jetzt haben wir ihn, weil wenn da Gedanken an das ist, was mal war, und das ist ja eine schöne Karte, dann hat er die hier auch noch nicht so ganz vergessen, aber wir wollen mal weiterschauen, was wir da noch für Karten kriegen, wir wollen ja mal gucken, was hat es denn mit den Sechs-Kelchen eigentlich auf sich, so, okay, der Berg, ich sehe schon, also auch wenn es mal nicht so gut gelaufen ist bei euch, ne, der Berg sagt mir jetzt, Schwierigkeiten, Hürden, Blockaden, vielleicht hattet ihr ja immer mal ein Thema oder einen Streitpunkt, ne, oder irgendwas ist nicht ganz aus der Welt geschafft worden, das ist dann wieder aufgepoppt, gepoppt, ähm, dass man da sagt, obwohl hier gewisse Hürden, Schwierigkeiten da waren, ist die Erinnerung an alte Zeiten doch noch da, so, und das ist natürlich jetzt etwas Schönes, na, weil man immer sagen kann, okay, es war vielleicht nicht so toll, aber, ähm, die Erinnerung ist schon da, der Großteil war ja schön, und da, ja, da schaut auch noch der Fuchs drauf. So, und der Fuchs ist natürlich auch ein sehr, sehr schlaues Tier, na, der dann sagt, okay, vielleicht solltest du dich auch mal an die Zeiten erinnern, wo es so schön war und nicht, ähm, vielleicht gleich hier die Flinte ins Korn werfen und sagen, ich suche jetzt was Besseres, äh, oder, nee, ich schaue mal, ob es was Besseres gibt, das ist ja noch schlimmer, na, hier, äh, die Flinte ins Korn werfen, der Fuchs sagt schon, Junge, sei schlau, erinnere dich mal dran, dass es da auch schöne Augenblicke gab, schöne Momente, schönes Zusammensein, na, also, trotz des Bergs hier, die Sechs der Kelche, das ist eine schöne Karte, das ist so, ja, so, ach, weißt du noch, wie schön es war. So, jetzt schauen wir noch mal ein bisschen die Botschaft aus der geistigen Welt an, was wir da so haben, oh, das Ass der Kelche, ja, das ist ja, ähm, eine Karte, ja, da sieht man es schon, da hält einer den Kelch hin, ja, und da, da schwellt ja schon die Liebe raus, ne, das ist die Chance auf Erfüllung, das ist Friede, das ist Liebe, also, Asskarten sind ja auch immer so eine, so eine Chance, Chancekarte, ne, und bei den Kelchen, ja, da geht es natürlich schon auch um, um die Gefühle, äh, dass man sagt, hier ist vielleicht noch eine Chance da, ich will mich jetzt aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ne, weil sonst erzähle ich wieder, wie toll das wird, und jetzt kriegen wir zwei grauenhafte Klärungskarten, die schauen wir uns nämlich jetzt auch gleich an, aber, was wir hier unten sehen, ähm, sagt mir, ist es endgültig vorbei, zumindest nicht in seinem Kopf, aber wir schauen mal, was wir da noch für Karten kriegen. Oh, da bist ja du gefallen. So, also, das ist wohl scheinbar deine Chance auf Erfüllung, das ist deine Chance auf eine Neuschance in der Liebe, das ist eine Chance auf, ja, Versöhnung, das ist eine Chance, dass man es vielleicht noch mal probieren kann, denn wir wissen ja alle, dass der Mann auch gerne mal übers Ziel hinausschießt, ja, dass er dann sagt, boah, wir haben uns jetzt gestritten, äh, jetzt reicht es mir aber, äh, so, jetzt, äh, verlasse ich dich aber auch mal, ich bin dann mal weg, ne, ähm, und dann zu Hause irgendwie, ja, äh, in den Zustand kommt und sagt, hm, war ja eigentlich ganz schön, ne, was habe ich nur getan, habe ich da vielleicht was weggeworfen, was mir, ähm, eigentlich gut getan hat, ne, von daher, ähm, schaut es mir hier nach einer Chance für dich aus, wir wollen aber jetzt natürlich noch mal die letzte Karte anschauen, weil dann ziehen wir nämlich alle gemeinsam ein Resümee, eine Liebeskarte, so, bei der Liebeskarte, da geht es natürlich auch um die Liebe, ist ja völlig klar, ähm, die letzte Karte, die Botschaft von der geistigen Welt, sehr schön, die Chance auf Liebe, Frieden vor allem, wenn ihr gestritten habt, na, aber die Frage war ja, ist es denn nun endgültig vorbei, und ich kann dir sagen, nein, ähm, obwohl er ja wirklich hier gerade in der Energie, in diesem Orakel, ähm, unterwegs ist, wo in eine andere Richtung, er lässt dich hier zurück, ja, und er hat hier eine Chance auf Erfolg, wo natürlich wahrscheinlich bei jemandem anderen, na, ähm, du bist hier komplett verwirrt, du sagst, es war doch alles so schön, hat doch alles gepasst, ähm, und da oben, ja, da kommen schon die Erinnerungen hoch, äh, okay, das war jetzt echt Mist, äh, warum wir uns vielleicht getrennt haben, äh, aber mein Hirn sagt mir irgendwie schon, erinnere dich doch mal an die guten Sachen, na, und, ähm, da sagt die geistige Welt, es ist noch eine Chance da, wo ich als Mensch natürlich wieder dazu sagen muss, sollte es wieder dazu kommen, dass ihr zusammenkommt, ja, dann bitte auch vorher, vor dem Zusammenkommen, Dinge klären, damit nur nicht wieder in so einen Zustand kommt, wo man sich dann trennt, sondern vorher sagen, okay, pass auf, ich darf bei dir den Knopf nicht drücken, du drückst bitte bei mir nicht den Knopf, sonst geht irgendeiner wieder an die Decke, ich hoffe, wir haben beide gelernt aus dem, was passieren kann, wenn man sich ständig zofft, oder wenn es Missverständnisse gibt, ähm, dass man eine, noch eine weitere Trennung irgendwie vermeidet, ähm, dass wir vorher nochmal abzuklären, dass beide sich da irgendwie dran halten können, na, aber ansonsten, schaut's mir da ganz gut aus, wenn du natürlich jetzt sagst, ja, kann schon alles sein, ne, aber ich möchte es jetzt doch schon ganz gerne für mich persönlich wissen, ähm, dann schreib mich natürlich gerne an, dann mache ich das Reading selbstverständlich gerne für dich ganz persönlich, na, so meine Lieben, dann würde ich sagen, ach, eins habe ich noch, eins habe ich noch, ähm, alle, die, die eine Jahreslegung gebucht haben, sind jetzt eingeplant, ähm, jeder, der bis jetzt gebucht hat, ähm, bekommt seine Jahreslegung natürlich noch vor dem Jahreswechsel, das heißt, ich bin ausgebucht mit Jahreslegungen bis zum 26.12. ähm, ähm, wer noch eine möchte, kann sich gerne melden, wer einen Gutschein möchte und jemandem zu Weihnachten ein außergewöhnliches Geschenk macht, eine Jahreslegung, ähm, bitte bei mir melden, äh, ich habe noch ein bisschen Kapazität frei, na, also meine Lieben, ich schicke euch ganz viel Licht und Liebe, bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video, Servus!